Es geht weiter bei Let's Play Sniper Elite. Ich bin zu euer Dems in Mafix und wir nähern uns dem Ende. So viel weiß ich schon aus meinen Erfahrungen mit, ihr wisst schon, der Mission. Habe ich an der Komplett-Lösung nachgeschaut und so viel ich gelesen habe, hat das Spiel 15 Missionen. Und wenn ich richtig gezählt habe, ist das Mission 13. Glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Okay, wir müssen hier in ein Lager eindringen. Und, ähm, ja, in diesen Tunnel, in den Tunnel hier eindringen und dort dann einen wichtigen Atomforscher töten. Aber dazu müssten wir erstmal da hinkommen. Oh, geil. Boah, echt, man, geh doch down. Gebt dir gleich mal Heckenschütze. Da, das war dein Heckenschütze. Ha, also, wir nähern uns dem Ende und ja. Hast du das gehört? Ich hab jemanden gehört. Oh, ich hab ein schlechtes Gefühl. Nein, ihr habt gar keinen gehört. Nein, ihr habt gar keinen gehört. Hey, ein Kartenschalter, oder was ist das? Keine Ahnung. Boah. Scheiße. Ja, im letzten Part haben wir dazu noch einen wichtigen, äh, Labor... Äh, Laborant getötet, oder? War das ein Laborant? Ey, keine Ahnung. Du brauchst gar nicht. Das brauchst du. Boah, ey. Ey, bild ich mir das ein, oder kommen da mehr Gegner? Egal. Die kriegen wir jetzt auch noch down. Hallo, äh, nachladen. Uh, wer war das? Äh. Ja, der kann mit seiner Stirn nicht mehr so viel anfangen. Boah! Wer, oder was ist das? Ach, da oben kam der... Hey, wenn er schlau gewesen wäre, wäre er einfach vorgegangen. Hey, wo kommen die ganzen Gegner her? Hä? Da war doch der... Ist der... Ey, der ist da... Der ist doch hochgelaufen, ich hab's doch gesehen. Boah, mein Gott! Das veräppelt mich, das Spiel schon jetzt. Jetzt fühlst du mich schon hier ärgern. Sag, es macht ein physischfertiges Spiel. Das Spiel. Okay, dann müssen wir jetzt hier durch die U-Bahn tüllen. Hoffentlich kommt kein U-Bahn. Sonst haben wir ein kleines Problem. Nimm wohl, wir können uns hier verstecken. Boah, natürlich. So, das war's dann mit deinem Gehirn. Dann wechseln wir mal die Gleise. Soll ich mal speichern? Okay, ich speichere doch. Ich hab gerade so das Gefühl, dass wir eine U-Bahn kommen. Ah, ich wollte die Gleise hören, dass ich wieder ein bisschen Stealthiger machen, aber... Naja, klappt ja nicht so. Habt ihr das gehört? Ich glaub, da ist jemand. Wir von hier, in der Bum! What? Ey, schieß! Zack! Das war schön. Wer bist du? Irgendwann eine Geisel oder so. Endlich mal wieder! So ein schöner hier. Hab ich gesehen? Ich glaub, da war auch noch ein Gegner. Hab ich das richtig gesehen? Okay. Gut. Das müssen wir nochmal anvisieren. Ich glaub nicht. Hä? Ist da... Ist da... Ist da hinten noch einer? Okay, vorsichtig. Zack. Wieso macht denn das ein echter Sniper? Aaaaah! Boah! Ist aber schon down, oder? Ey, da war doch... Ach, egal. Nein, 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 nein. Ey, jetzt hab ich schon wieder die Kacknarre. Wo ist meine gute... Oh! Geil. Boah, ich hab irgendwie zu einer 200-Munition gegen 10 von der eingetauscht. Hat sich ja gelohnt. Ah, geil. Ah... Okay, ich weiß immer noch nicht, wer das hier vorne ist. Der da. Man kann ja zumindest nicht tun. Das heißt, wahrscheinlich, er ist gut, oder zumindest halbwegs gut. Er ist zumindest nicht so böse wie alle anderen. Die mich... Ah, warte! Was kommt hier so in der böse Musik? Jetzt, wo alle Gegner vorbei... Äh, sind... Jetzt, wo ich alle getötet hab, dann kommt ne böse Musik. So, Schauder hier. Uh, ich hab's... Kommt's jetzt nochmal drüber an, oder? Wenn mich das Spiel mal wieder... Fühlig fertig, Mann. Uh, da stromst's. Dann geh ich lieber auf die Seite. Haben's ja gleich geschafft. Gut, dann sprechen wir nochmal. Die Mission ist ja dann gleich zu Ende. Das gefällt mir natürlich. Äh, ja, High Voltage, natürlich, kann man schon. Nicht mit dem Strom spielen. Ähm. Schauen wir mal, da vorne müssten wieder Gegner sein. Bei meinem Glück sehr viele. Was ist denn das hier? Eine Krankenstation. Ich habe ihm... Die Gegend ist nicht sicher. Ich stehe... Hallo, ähm... Möchtest du... Ja, okay, die haut doch ganz gut rein. Aber mit dir an, das ist mir sympathisch. Nur zig. Ja, jetzt kommen gleich noch ein paar von da oben. Ja, das ist ja echt eine Krankenstation. Stimmt, stimmt, ja. Uh, 50 Runden. Geil. Ja, die sieht ganz gut aus. Ja, die sieht echt... Das MG sieht hier echt gut aus. Oh, ja. Ne, also das ist wirklich eine Krankenstation. Dem einen hat am Bein gefehlt. Na geil, das bin ich runtergefallen. Das muss ich wieder vorlaufen. Ähm. Wo bist du? Bist du noch da oben? Kommt schon spät los. Ähm. Dann laufen wir jetzt hier nach oben. Und dann müssen wir die Mission schon geschafft haben. Hoffe ich. Denn ich hab gerade sehr, sehr wenig Leben. Ich denke, ich hab was gehört. Oh, nee. Ich glaub, ich hab jemanden gehört. Kommt's? Das Leben ist eine Qual. Ich wollte kein Medikin nehmen. Ich wollte es extra nicht nehmen. Und dann kommt dieses... Ich sag es nicht, ich sag es nicht. Ich sag es nicht, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was ich über den denke. Sehr liebe Sachen, gell. Wie immer. Okay. Dann machen wir es halt mal wieder mit Schleichen. Obwohl das hier gar nicht klappen kann. Weil ich hier in den U-Bahn-Dingern liege. Und gar nicht auf die Snipern kann. Ja, und natürlich mein Pulszug, gell. Ich krabble ja die ganze Zeit nur. Ähm. Okay. Okay. Hallo. Mal was halt so. Unigene Sniper. Gut. Irgendwo war hier ja noch einer. Das war so ein Blödsinn. Aber wir haben nicht so viel Leben verloren wie vorher. Der ist schon mal richtig gut. Das ist nämlich das hier. Oh, das ist dicke MD. Und das hier. Oh, da ist hier noch MD-Munition. Die hab ich ja vorher gar nicht mitgenommen. Hä? Okay. Ja. Gut. So wollte ich's. Hä, was? Ich komm doch nicht zurück. Ich hab keinen Bock. Okay, das will ich jetzt sehen. Wie viele sind echt so blöd und laufen aus dieser Tür raus? Mal ganz ehrlich. Wenn sie schlau sind, wissen sie doch, dass ich das stehe. Also. Ich weiß ja nicht. Man erkennt doch einfach MG. Wenn. Wenn die echt so schlau waren und da hinten rausgegangen sind, dann bin ich beeindruckt. Weil dann kommt nichts vor. Wenn die jetzt echt so dumm sind und da rauskommen. Ach komm. Ich weiß doch, dass die da rauskommen. Okay. Wurde. Wurde. Ich mein, ich hab den getötet. Wie, wie hält der bitte aus? Das ist ja down. Jetzt machen wir wieder unsere Lieblingsstrategie. Durchlaufen. Bitte, bitte, lass mich hier drüber. Ich hab euch nichts getan. Ich will nichts von euch. Ja, geschafft. Ah, perfekt. Stealthy, perfekt. Schön, perfekt. Wunderbar. Okay. Und ich glaube, die jetzige Mission wird die letzte Mission, oder? Nee, das wird die vorletzte Mission. Nee, ich glaube, es ist die vorletzte. Ich weiß es gerade nicht. Egal. Überfall auf Nordic. Annäherung an Nordic. Immer liegt über am Anfang jedes Levels ein. Nettes, liebes Medikit. Das gefällt mir schon mal. Ich kann mich theoretisch heilen. Das wäre, glaube ich, nicht so schlimm. What? Ach, scheiß Feuer. No! Okay. Die Ernst tötet den Kommandeur der Sperre, damit das Unterstützungsteam von DW mit weniger Widerstand zu rechnen hat. Wenn es in der Nähe der schweren Wasseranlage von Nordic gelangt, um dir zu helfen. Okay. Dann müssen wir aber erstmal einen weiten Weg rumgehen. Außer wir würden irgendwie in das Haus hier gelangen. Dann könnten wir... Ja! Nein! Nein! Oh, ich brauche zwei Schlüssel mit der Kacke. Kein Feind. Ist kein Feind. Nehmen wir das... Oh, eine Wippe! Oh, ich will Wippe spielen. Oh, ne, schaukel! Was fliegt hier schon wieder in die Luft? Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Ach, kann der nicht irgendwie schneller rum? Rubben! Das haben natürlich alle gehört. Aber ich habe geradezu wenig, ähm, äh, Silent Pistole dabei, damit ich... Scheiße. Weil es sich wirklich lohnt. Also ich hätte eh nur noch den wechseln, wechseln, steilfen können. Wow! Ey, wo kommt der her? Ich hoffe, dass der ist vorgelaufen. Okay. Ey, Mann. Krass, das ist... Fuck, Mann, ist... Medikit. Okay, gut. Uh, ist da im Panzer? Ist da im Panzer? Scheiße, das ist im Panzer! Nein! Nein! Scheiße! Ah, ne, 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 von dem bin ich einfach vorbeigelaufen. Boah, ich meine, Perfect Assassin. Ich meine, ich bin hier Silent Assassin. The Real Assassin Killer. Ich bin die Mischung aus, ähm, Alter, ihr, Ezio, Agent 47, Solid Snake und ach, wem auch noch. Begibt sich zur Nordseek-Wasserreißanlage. Okay. Machen! Äh, 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 äh! Oh! Ich mach das jetzt in diesem Part. Ich hab jetzt kein Bock hier noch. Okay. Ähm, vielleicht auch nicht. Da sind wahrscheinlich noch irgendwie eine Milliarde Gegner, gegen die ich alle noch kämpfen muss. Gut, dann werden wir, ähm, nächsten Part weiter machen und hoffentlich das Level Nordseek beenden. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.